Hallöchen meine Damen und Herren, es ist soweit, Counter-Strike 2 ist am Start. Ich lade das jetzt gerade im Hintergrund runter, meine Leitung ist nicht die beste, wie ihr wisst, darum mache ich einfach geschwind meine Reaktion auf den Launch-Trailer, den ich noch nicht gesehen habe. Let's go! 30.000, okay. Ist jetzt gerade nichts Neues dabei, also das kennt man ja jetzt halt aus der Beta. Okay, ich bin sowas von ready. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach, von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse, denn dann geh mit deiner dicken fettner Mutter auf die Instagram-Messe. What?